Und haben die gleiche Witwung. Sie hören ganz klar derselben Person. Ich hab den nächsten Beweis. Den nächsten Beweis. Jetzt besteht kein Zweifel mehr. Lucas Kane ist der Mörder. Das muss ich sofort Tyler mitteilen. Tyler ist am Ficken, Mann. Lass ihn in Ruhe. Okay. Jeder steht auf, auf, äh, Kollegen, die ihn stören. Lass einfach klingeln, Schatz. What the fuck? Ist die immer noch angezogen, ey? So, geh weg, Vibe. Ist die Arbeit, my life, bitch. Ich muss rangehen, könnte wichtig sein. Tyler, nein! I got the bone, I got the bone. Wo ist mein Handy, verdammt? Nicht das Telefon klingelt, so. What the fuck, ey? Hallo? Wir haben ihn, Tyler. Ich komm sofort. Oh, oh, das gibt Schreck mit der Freundin. Oh, oh, oh. Tyler, ich warne dich. Wenn du jetzt gehst, werde ich dir das nie verzeiht. Oh, die Fresse, bitch. Geh weg, ey. Dauert nicht lang, Baby. Trink schon mal einen Schluck Schampus, und dann bin ich sofort wieder da. Tut mir leid, Sam, aber was ist echt wichtig? Und was ist mit mir? Bin ich nicht wichtig? Nein, bitch. Tyler! Get the fuck in the bed. Agatha? 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 Das ist der Typ, der mich angenommen hat. So, ey, guck mal. Der ist jetzt beim Mörder. Toll, oder? Ah, die Hände, die hatte... Ah, die Fingernägel. Ich brauch nicht lang. Naste, nacht, kidlan, quidmetschi, rastatmi, kastanärli, tustlan, aaah. Ich kann schön lesen, ne? Guck mal, die Frau, ey. Egal, ich bin gleich zu Hause, mach schon mal die Bratwurst in die Pfanne. Hab Hunger. Aaaaaah! Ah, das Kind, ey. Ghost Whisper. Gib mir deine Hand! Ich bring dich zum gelobten Land! Bitch. Nicht. Ich hab' das letzte Teil des Puzzles kommen. Oh man, Carla, muss das leiden? Jetzt müssen wir nur noch den Mörder festnehmen. Halt die Frippe! Captain Jones hat uns alle Mittel bewilligt. Er kann uns nicht entkommen. Oh man! Ich will da leider nicht bestellen. Äh, Tyler sag' ich. Okay, da wären wir. Alle in Position. Ich hab's auch immer so'n Squad, äh, so'n, so'n SWAT-Kommando, ey. So'n einfacher Mann. So, oh mein Gott, bestimmt mal hat er Maschinenwehr oder Atomwaffen in seiner... Äh, 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 äh. Wohnung. Oh! Pew-pew! 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 Ich kann nicht schießen. Ich bin erst da. Ich bin die Frontfrau. Sag' ich doch. Okay. Bitch. What the fuck is going on here? Was ist das denn mit auf dem Boden da? Scheiße! Was ist das denn? What? Wieso, was macht das in meiner Wohnung, Alter? Vorsicht! Ich check die Türen. Vorsicht, das ist ein Bandkreis. Buffy und die Demo. Ich check die Türen. Ich weiß, dass wir zur Tür kommen. Ich schieße dir in die Fresse. Wer hat in meinem Bett geschlafen? You spin my head. Ich dir irgendwas, was ich nehmen kann? War's voll cool mit der Pistole so. Wuhu! Wusch! 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 Heilige Muttergottes, ey! Er rennt über die Straße. Was soll ich sagen? Nicht schießen, Alter! Nicht schießen! Wenn du schießt, weil... Junge, ich... Ich werf... Ich werf ne Ziegelstein auf dich, Alter. Von hier oben, ey! Nein, Lukas! Es ist erneut geschehen. Jemand ist im Waschsalon gestaubt. Ich hab's gesehen, als wär ich dort gewesen. Agatha ist tot. Er verrät mir nun, was hier gespielt wird. Nein. Ich will nicht, dass Lukas erwischt wird. Also, zeitgleich was... zeitgleich passiert. Geh nicht hoch, geh nicht hoch, geh nicht hoch. Ich helfe dir, mein Freund. Nein! Okay, leben, leben! Nein, ich helfe dir raus, Mann! Schelfe dir raus! Nein! Nein! Junge, nein! Nein! Gut. Wir verstehen uns, mein Freund, wir verstehen uns. Komm! Ja! Wuhu! Bitch, Alter! Jesus, ich bin Zongoku! Huatapaka! Takabee! What the fuck is mit mir los, Alter? Wuhu! Wuhu! Wuhu, Matschula! Fuck a punch, bitch! Huuhu! Huapapua! Huuhu! Stopp oder ich schieße! Matrix, Junge! Keine Bewegung! Mach Matrix Move an! Ich wusste es, Alter! Ich wusste es! Wuhu! Der geht voll ab jetzt, ey! Von der Science Fiction Game! Puff! Wuhu! Wenn ich einmal daneben drücke, triffst du mich voll in den Sack oder so! Bam! Dropkick, ey! Boah! Junge, ist das geil! Oh, Lucas Cain! Du bist einer meiner Lieblingscharakter jetzt! Ich musste gerade kurz aufmachen! So! Keine Bewegung! Du bist genauso geil wie alle anderen, die ich mag, ey! So... So John Marston und so! Wuhu! Du bist viel cool... Du bist ja nicht viel cooler, aber das ist cool! Auf jeden Fall! Ich mag deine Person, obwohl du Nemo bist! Boah, Alter! Wuhu! Yes! Jetzt geht ab, ey! Jetzt geht ab! Wuhu! 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 Spring runter! Wuhu! Boah, Junge! Ich kann gar nicht so richtig drücken, Alter! Ich guck die ganze Zeit nur, was der macht! Oh mein Gott! Was macht der da? Will der mich... Wuhu! 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 Und der Hubschrauber so, get the fuck off my neck! Get the fuck off my neck! Get the fuck off my neck! Wuhu! Von dem Fuß! Oh egal! Haha bitch! Voll verarscht! Oh mein Gott! Pass auf, da ist ne Drücke! Verdammt! Da ist ne... Junge, dreh dich einfach! Wuhu! Wuhu! Alter, das Spiel ist komisch, Alter! Das gibt's nicht! Erst war das so ein... So ein Mordfall, jetzt ist das so ein Science Fiction Song, Guckoo, Martial Arts, Bruce Lee, Tony Ja! Bruce Willis, was weiß ich für ein Ding! Hast du gesehen, was der eben gemacht hat? Da bleibt ja eben die Spuckel weg! Wir müssen ihn kriegen! Nächstes Mal entkommt er uns nicht! Hallo der Spider-Man, ey! Lass den mal in Ruhe! Jetzt habt ihr gesehen, dass ihr keine Chance habt, lass den einfach! Tyler Miles! Fünf Männer im Krankenhaus! Oh, Entschuldigung! Vier Polizeiautos schrott! Volle Fette! Der Schauber, der fast über unseren Köpfen explodiert! Und der Typ, der verschwindet in der U-Bahn und geht uns durch die Lappen! Ich hoffe, dafür haben sie eine angemessene Erklärung! Ihr kriegt aufs Maul! Ihr kriegt aufs Maul! Tyler! Es war absolut nicht voraussehbar, das alles so kommt! Die müssen immer hier an dem Weibchen schützen! Wir haben den Problem muss schnappen können, wenn der Typ nicht solche abgefahrene Dinger gebracht hätte! Dieser Kane ist kein gewöhnlicher Bursche, wie wir erst dachten! Der hat der Dropkick beim Gleichen! Was wollen Sie eigentlich weismachen, dass dieser Typ Superman ist? Meinen Sie das? Und Sie glauben, dass ich das kaufe Ihnen ab? Äh, nein! Tyler! Wir haben ihn unterschätzt! Hauptsache, er sagt Tyler, mach Carla! Wir wussten, er ist gefährlich, aber nicht, dass er gut trainierte Polizisten ausschalten und unter einem Hubschrauber hängend entkommen könnte! Ihre Faden schreinigen Ausreden können Sie sich sparen! Halt die Fresse! Wenn die Presse spitzkriegt, dass Kane uns entwischt ist, werden die mich in Stücke reißen und dem Rathaus wird man meinen Kopf fordern! Also, was haben Sie jetzt bitte schön vor? Haben Sie eine Spur? 100! Caines Foto hängt bald in jedem Polizeiwagen, Bahnhof und Flughafen. Wir werden jeden Zentimeter seiner Wohnung durchsuchen und seine Bekannten verhören. Er kann sich nicht ewig verstecken! Ich will hier alle verfügbaren Männer im Einsatz sehen, verstanden? Oh mein Gott, Alter! Start 2 Nummer 1, ey! Ich will diesen Geisteskranken hinter Schloss und Riegel sehen, bevor noch jemand von ihm aufgeschlitzt wird! Und jetzt raus! Warum noch jemand? Das war nur einer! Das war nicht mal meine Schuld, ey! Fettes, ekelhaftes Vieh! Zurück nach McDonalds, ey! Ey, Super Mario, mach mich jetzt nicht dumm von der Seite an! Ja, Agatha! Das ist nicht alles! Gestern Abend geschah in einem Waschstallon ein Doppelmord! Eins der Opfer starb an Messerstichen in der Herzgegend! Garret ist schon vor Ort! Er wartet auf dich! Oh, noch so ein Scheiß-Mord, ey! Der so übertrieben langweilig ist! St. Paulus Kirche! Sollen wir jetzt den Mord gucken und... Ne, ich will weiter Lukas machen! Das interessiert mich gerade, was da los war! Wohin hat er so superkräfte! Geht er zu seinem Bruder in die Kirche! 100%! St. Ist auch los? L-O-K-A-S! Oh Gott, geht durch mein Kopf! O Gott, geh erst mal Kopf raus! Agatha! Ach, mach's euch, da war so ein Wecker oben hier! War das wirklich Agatha? Hätte sein können, weil sie so angehörte, als ją sah! L-O-K-A-S! 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 Geht er von mir! Ach, hier nicht mir! Wo bin ich? Hallo? Ich hoffe, mir einen Namen zu sagen. Hallo. Ich weiß, wie ich heiße. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich habe die Stimme wiedererkannt. Oh Mann, Alter, bin ich gut, ey. Ich dachte, sie sei tot. Na ja. Ich versprach, Ihnen alles zu erklären. What the fuck, ey? Ich bin einfach super Frau, ey. Hören Sie gut zu, Lukas. Okay, okay. Die Zeit ist sehr knapp. Ja. Sie sind weder verrückt noch ein Mörder. Ich wusste es. Sie waren nur zur falschen Zeit. Am richtigen Ort. Ah, ganz knapp vorbei. Ähm, 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 was war an dieser Vision? Warum habe ich diese Vision? Sie sind real, oder? Gewissermaßen. Sie versuchen damit, sie zu beseitigen. Wer ist sie? Sie wissen zu viel. Und könnten deswegen lästig werden. Ich will eine neue Frage stellen. Wer sind Sie? Also nicht Agatha, sondern Sie. Wer, genau. Aber wer hat mich diesen Mörd begehen lassen? Wer hat sich im Restaurant zu mir an den Tisch gesetzt? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, das ist eine gute Frage. Niemand kennt seinen wahren Namen. Man nennt ihn das Orakel. Er dient den Mächtigsten der Mächtigen. Sie agieren im Schatten, aber regieren die Welt bereits seit Menschengedenken. Bitch. Sie kommen. Sie kommen. Was? Sie wollen sie töten. Quatsch nicht lang. Quatsch nicht lang. In der alten Maya-Zivilisation. Das kann Ihnen einiges erklären. Okay, jetzt muss ich in die Bibliothek. Oder im Internet-Café. Agatha! E-Gator. E-Gator? 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 Was? Wir sind in einer Kirche. Wir dürfen keine Schatten regieren oder so. What the fuuuck. Dieses Spiel ist komisch, ey. Gegen Menschen war es ja nur lustig. Alter, what the fuuuck. Alter, auf mich anzugreifen, ey. Vogel. Ja, hö. Vogel. Ey, hör mal auf mit dem Miss Day. Alter, eilige Makrole. Makrole, Makrole, Makroni meine ich. Ah, you will never get me, you will never get me, you will never get me. Die Musik, ey, voll dramatisch. So, mein Gott, Engel greift mich an. Sie sind eigentlich ein Symbol für Gute und für Schutz, aber nein. Ich möchte das ein Symbol der Teufel. Alter, was will die, was versucht die da hinter mir? Ich boxe dich gleich, bewege dich nicht, bewege dich nicht, hab ich gesagt. Oh, mein Gott. Ich stecke dich hinter den ganzen Sippplätzen, genau. Woo, 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 woo. Wooo. Bitch, woo, bitch. Oh, 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 oh. Get the fuck over here. Haha, ob so was mich ja wichtig. Nooo. Was denkst du dir zu tun? Ich will hier loslassen, oder was? Ich kann fliegen, Junge. Ich bin Spy, ja, Lukas. Bitch, ey. Ich hab alles geschafft. Ich lass mich verdammt nochmal los. Weil, Junge, kneiche ich einfach in den Sack, ey. Das ist ein Mannsbald. Ja, gut so. Junge, du kannst halt doken und fern und paaren schon so, ey. Lass, oder hab königliches Haken, sie. Ah, bitch, ey. Ich hol gleich Dante aus Dante's Inferno, alter. Dann könnt ihr mal gucken. Auf die Plätze. Oh, ich knall dich mitgegeneinander. Oh, my God. Voll die Ultravision. Bitch, no. Lukas, Lukas, wach auf. Hä, hä? Was machst du hier? Was ist los? Hey, Digga. Die Polizei sucht mich. Ich, ich konnte hier entkommen. Ich irrte umher. Ich wusste nicht, wohin. Also, kam ich hierher. Mein Gott. Diesmal musst du dich aber wirklich stellen, Lukas. Es gibt keinen anderen Weg. Du bist nicht mit meinem Bude. Ich stelle mich erst, wenn ich weiß, was hier vorgeht. Ähm, Agatha. Ich habe Agatha wiedergesehen. Hier, gerade eben. Sie ist zwar tot, aber sie hatte mir etwas mitzuteilen. Ich, ich glaube, sie will mir helfen. Agatha ist tot. Nein, ich war das nicht. Nein, 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 nein. Nein, ich habe Agatha nicht getötet, Markus. Sie war bereits tot, als ich eintraf. Glaub mir. Aber du sagst, du hast mit einer Toten gesprochen. Das hat alles keinen Sinn. Ja, du bist dumm. So'n dummen Bruder habe ich nicht. So'n dummen Bruder. Etwas seltsames passiert mit mir, Markus. Seit dem Mord gelingen mir unnatürliche Dinge. Ich habe Visionen, wie du der Vorfälle, bevor sie sich ereignen. Manchmal höre ich selbst, was Leute denken. Ich bin viel schneller und stärker geworden. Solche Fähigkeiten gibt es nicht. Du verwandest dich in einen Sommer, Lukas. Und was willst du nun tun? Hier kannst du nicht bleiben. Ja, mein eigener Bruder schweift mich raus. Mein eigener Bruder. Ich muss mich sicher verhören kommen und mich sicher auch beschatten lassen. Ich muss mir ein Versteck suchen. Ich werde gesucht. Und zwar sicher bald Versteckbrief. Zumindest weiß ich nun, dass es eine Erklärung gibt. Ich muss aufdecken, wer genau dahinter steckt. Sei vorsichtig, Lukas. Sie bringen dich um, wenn sie können. Der bleibt so ruhig, ey. Ähm, Markus? Scheiße, ich wollte Markus machen. Ist ja nur eine vage Spur, aber besser als gar nichts. Ich muss mich irgendwie... Nee, ist besser, wenn er, wenn er geschützt ist. Ich meine, wenn er jetzt mit Hilfs oder sowas wird er wahrscheinlich irgendwie noch mit reingezogen und so. Soll lieber da bleiben. Minus 5 Grad fahren halt. Es wurde mit jedem Tag getrennt. 20 Minus 20 Grad... Minus 20 Grad Celsius ist Minus 5 fahren halt. Aber noch macht sich niemand sorgen. Poli's line. Do not cross, bitch. Ich will Tyler sein, verdammt. Ich f*** erst mal Dr. House. Sag erst mal Dr. House. Ist mir recht. Bei dieser Kälte hier draußen kann ich eh nicht denken. Das wirst du geil dich gar nicht denken. Was machst du denn, wenn du ein Eis isst, Alter? Ah, ich hab schon gewartet, Carla. Also, was war hier los? Der Typ, der den Waschsalon führt, hat die Leichen heute Morgen gegen 5 Uhr gefunden, als er aufschließen wollte. Er kriegte die Tür nicht auf und spürte, dass sie von innen blockiert war. Er hat die Leiche durchs Fenster und hat die Polizei gerufen. Gibt's, äh, mal Kane hier? Ob Kane was damit zu tun hat? Die Frau starb an drei Stichen mitten in die Herzgebung. Schon wieder. Und zwar an einem öffentlichen Ort und ohne offensichtliches Motiv. Und da fragst du dich noch? Hallo, was soll das heißen? Also gibt's Indizien? Gibt es Abdrücke? Nur die der Opfer. Aber keine von Kane, wenn du das meinst. Ja, das meine ich Vogel. Danke, Garrett. Danke, Dr. House. Ich habe den Hip- Ey, du schaulustiger, geh weg! Hallo, verpiss dich mal! Schaulustige sind hier nicht ge- Hallo? Get the fuck away from me, bitch! Ich glaub, ist das so Lukas Kane oder so. Hm? Was ist da passiert? So, Carla, hallo! Ich habe den Hip- Ah, den Hip- Ich habe den Hip-Hip-Hop, den Hip-Hop. Ich habe den Hip-Hop, den Hip-Hop. Ich habe den Hip-Hop, den Hip-Hop. Ich habe den Hip-Hop-Hop, den Hip-Hop. Ich habe den Hip-Hop-Hop, den Hip-Hop, den Hip-Hop. Ich habe den Hip-Hop, den Hip-Hop. Eine Frau. Armes Ding. Mit Tätten und Musch. Sie wurde von vorne herstoffen. Sie hat ihre Mörder noch im letzten Moment ins Auge geblickt. Hochs sei, der fotografiert mal nach der Penner, ey. Es tut es noch. Sie hatte wohl keine Zeit mehr zu wählen. Ich hoffe, ich soll fotografieren, Mann, du Scheiß-Paparazzi! Das Messer steckt in seinem Auge. Das muss verdammt weh tun. Ne, ne. Macht Spaß. Mach schon mal. Carla, wenn du dein Frühstück intus behalten willst, solltest du unseren Freund Rosé meiden. Er sieht eher übel aus. Ich will mich noch mal umsehen. Hast du gesehen, dass der Schlüssel steckte? Nein. WTF, ist doch kein Schlüssel. Es gibt keinen anderen Ausgang. Wie ist der Mörder rausgekommen? Völlig unlogisch. Tja, Direktiv Conan hier. Mord in einem geschlossenen Raum. Okay. Carla Valenti. WTF ist das hier? Haha, Schraubentier. Blutflöcken. Komisch. Wieso ist hier Blut? Die Frage ist nicht wo, sondern wie. Geh mal nach hier. Digga, geh mal nach hier, Junge. Du kannst das nicht sehen? Okay. So, oh mein Gott, ich seh diesen... diesen Ding nicht. Hier gibt's nix, hier gibt's nix, hier gibt's nix, hier gibt's nix und wir die gleiche. Drei oder vier Stiche...